so hi und hallo mal wieder das nächste sticker video und zwar batman oder genauer gesagt die welt von batman ich habe hier 40 stickertütchen mitgebracht um meine sammelsticker album vollständig zu kriegen aber keine angst ich werde sie jetzt nicht alle öffnen nur ein paar und ihr postet mir dafür was ihr davon haltet wie ihr sie findet und ob ich noch mehrere vor die kamera öffnen soll das liegt ja ganz an euch wie viel da draußen es gibt die die stickers mögen oder vielleicht selber haben könnt ihr mir auch posten ob ihr sie sammelt vor allen dingen wie ihr sie findet oder vielleicht haben ja einige von euch schon das sticker album vollständig auch alles posten hier könnt ihr mir alles posten über die welt von batman sticker album und sticker booster tüten würde mich echt interessieren wie viele da draußen sind die spaß an dieses sticker haben und ich werde natürlich versuchen unter dem video zu verlinken wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt wo ist das langsam nicht so viele doppelte kriege die alten comics zeigt zeichnung oder sticker die finde ich recht gut gelungen könnte mir natürlich auch posten welche euch lieber gefallen das wird ein großes puzzelteil genau wie dieses die menschlichen die finde ich gar nicht so besonders wie gesagt könnt ihr mir ja auch posten welche für euch interessanter sind joker eine legende so zwei sticker tüten werde ich für heute noch öffnen dann war es das aber nur für die sticker tüten die welt von batman bei dem moment geht es mir ja gut da mache ich ja die ganze zeit ich glaube ist mein drittes sticker video heute schon müsste ich gleich mal zählen so und das ist es nun das letzte sticker booster tüten für heute von die welt von batman wie gesagt wenn ihr spaß an die habt ich werde immer versuchen unter dem video zu verlinken wo ihr das sicher und bequem bestellen könnt teilweise auch schon günstiger ihr postet mir was ihr davon haltet auch diese selber sammelt und 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 natürlich auch habe ich noch mehrere sticker tüten vor die kamera öffnen soll muss ich ja auch wissen umso mehr es wollen umso schneller mache ich die videos und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu so so so